Landesverrat Wenn die Regierung, wie das im Fall von Snowden und der Geheimdienstabwehr offensichtlich der Fall war, das Volk belügt, dem Volk Informationen vorenthält, der souverän, der eigentlich dieses Land darstellt, wie kann ich, wenn ich diesem Volk Informationen gebe, ein Verräter dieses Landes sein? Das ist das, was uns die Opposition hier erklären möchte, das würden wir doch gerne einfach nochmal hören. Ich werde jetzt erst, bevor ich mal meine zwei Punkte komme, nämlich erstmal werde ich über die Auswirkungen der internationalen Beziehung reden, über das Verhältnis von Staat und Bürger, nochmal den liberalen Staat und die öffentlichen Interesse, ein paar Erwiderungen auf die Vorrednerin. So, dann hat sie gesagt zu dieser Sache mit dieser Spionage und in vielen Fällen, da gäbe es ja durchaus gerechtfertigte Gründe und global gesehen hat sie gesagt, wäre das besser. Ja, wir glauben, das ist eine Abwägung, die die Bevölkerung treffen sollte, die sie nur treffen kann, wenn sie die Informationen hat. Die müssen das doch dafür erstmal wissen. Wenn die Spionage tatsächlich super gerechtfertigt ist, dann müsste es der Regierung ja nicht so schwerfallen, gute Gründe zu finden, die man dann der Bevölkerung sagen kann. Also nach dem Motto, hey, ja, wir haben das gemacht, aber guck mal, wir haben gute Gründe dafür, dann können die das ja irgendwie beweisen. Wenn diese Information nicht vorhanden ist, wenn die sich schwer tun, das zu zeigen, dann ist tatsächlich zu hinterfragen, ob tatsächlich diese Regierung hier der Weisheitsletzter Schluss ist und wirklich weiß, ob es das nette war. Dann zu dem Punkt, ja, ein einziges Individuum, das ist mit dieser Abwägung eventuell überfordert und so. Und sie vertraut auch viel mit dem Staat und sagt, der wegt das viel besser. Erstens sagen wir nicht, dass das automatisch, wenn wir das beides vergleichen, ich kann Ihnen nicht sagen, dass in jedem einzelnen Fall in der Abwägung, dass es immer besser ist. Aber wir sagen, im zweiten Fall ist es sinnvoller, mehr Informationen an das Volk heranzutreten. Und das wurde auch schon in der Zwischenfrage angenommen. Der Snowden hat sich das relativ gut überlegt, die meisten Leute stimmen ihm dazu, er hat das mit Journalisten abgesprochen, er hat die Informationen sehr vorsichtig herausgegeben und so. In anderen Fällen, hat Jakob erklärt, greifen immer noch Mechanismen und so. Und wir denken hier durchaus, dass man hier Kontrollinstanzen hat, aber dass wenn das dann in der Öffentlichkeit kommt und die Öffentlichkeit das diskutieren kann, dann machen das einfach nicht aus. So, gut, jetzt über die Auswirkungen von anderen Staaten und die Konsequenzen. Warum ist es sinnvoll, dass man der Weltöffentlichkeit das klar macht? Wir sehen, dass in vielen solchen Fällen die Bürger erstmal über das, was im eigenen Land passiert, ziemlich schockiert sind und ein Interesse haben, das zu starten. Und da sehen wir, dass es große Konsequenzen für das eigenen Land gibt. Warum? Wenn wir uns zum Beispiel diese Snowden-Geschichte angucken, wenn wir uns die Spionale-Affäre aussehen, dann sehen wir, dass viele Amerikaner überhaupt nicht zufrieden waren mit den Sachen, die sie da gelernt haben. Und da glauben wir, dass der Druck der Weltöffentlichkeit ein wahnsinnig gutes Machtinstrument sein kann, damit die Bevölkerung auch endlich eben hier im Interesse noch gegenüber der eigenen Regierung Nachwuch verleihen kann. Wie man zum Beispiel festgestellt hat, nachdem nach Merkels Handy ausspioniert wurde, dass das dann eben auch zu internationalen Spannungen geführt hat. Dass sich diese Regierung nicht nur vor ihrer eigenen Wirkung, sondern international rechtfertigen muss. Und wir glauben, das ist ein Unterkontrollmechanismus und das hat auch gut dafür gesorgt, dass die Regierung ein bisschen mehr noch ermutigt wird, hier besser über die Sachen nachzudenken. Wir denken einfach, dass viele Amerikaner sich geschämt haben, als sie das gelernt haben und sie waren froh, dass andere Länder das ebenfalls gesehen haben und da ebenfalls das auch dagegen vorgegangen sind. Aber wir sehen auch in anderen Fällen, dass ja oft diese Probleme, die bestehen, wenn man da ein bisschen was aufdeckt, dann wird auf einmal so eine Kettenreaktion angestoßen. Dann kommt noch viel mehr raus und dann stellt sich auf einmal heraus, dass in anderen Ländern ähnliche Probleme bestehen. Und dass das Problem viel weitreichender ist, wenn man da nur den ersten Schritt gegangen ist. Und wir glauben auch, dass das relativ sinnvoll ist, dass auch in anderen Ländern ein legitimes Interesse herrscht und da auch im Interesse der Weltbevölkerung, dass die Situation verbessert werden kann. Wir sehen auch wieder, dass diese Spionageaktion und diese geheimlichen Kooperationen nicht nur in den USA waren, sondern England war fast genauso schlimm und wir sehen auch Kooperationen mit anderen Staaten. Und Christine hat selbst gesagt, die ganzen deutschen Politiker haben das bewusst, aber die haben das da irgendwie nicht getraut, sich zu sagen. Ich denke, das ist relativ gut, wenn die das auch wissen und auch die deutsche Bevölkerung kann dadurch profitieren. Und wenn wir als liberale Staaten uns als der Staat sehen, der Segen für die Welt macht, weil wir glauben, dass Liberalismus so gut ist, dann ist das auch eine positive Verbesserung für die Weltgemeinschaft, die wir da nicht bewirken. Und dann glauben wir einfach nicht, was dagegen zu machen. Mann, wie möchtest du die Bevölkerung darüber abstimmen, ob ihre Interessen so schützen können? Wenn Amerika erstmal eine Volksabstellung darüber gemacht hat, die glaubst du, es hätte noch funktioniert, so spiel mir danach, wie soll das funktionieren? In gewissen Fällen, ich meine, ja, man kann schon überlegen, ob es uns das wert ist. Man kann sagen, wie viel man natürlich zum Beispiel verhindern kann, wenn man Spionageaktionen macht. Wie vor kann man dann Kameras aufstellen, man kann nach wie vor Handy spionieren und so. Also ich meine, ich denke, das ist ein Diskurs, der in der Öffentlichkeit gehalten werden sollte. Ja gut, ich meine, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, aber ich denke, und das ist genau mein nächster Punkt, das ist eine Abwägung, die von der Bevölkerung getroffen werden soll. Wenn wir jetzt das Verhältnis vom Staat und von den Bürger in einen liberalen Staat haben. Dann gehen wir doch davon aus, dass die Regierung nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Dass sie endgültig, a priori, die Antwort auf alle Fragen weiß. Das heißt, ob etwas im öffentlichen Interesse besteht und ob diese Information sinnvoll genutzt werden kann, das ist erst Teil des öffentlichen Diskurses und der kann nur auf Basis der Information gefühlt werden. So das Problem ist, wenn wir in einer Demokratie leben, dann vertrauen wir doch dem Urteil des Volkes. Wir sagen, das Volk kann diese Information haben. Aber wenn wir dem Volk Information vorenthalten, dann kann es das nicht machen. Es ist ein sehr seltsames Demokratieverständnis, dass wir sagen, das ist in Ordnung, wenn wir euch über Kita-Plätze informieren. Und da können wir dann drüber abstimmen. Aber die eigentlich wichtigen Sachen, die ekligen Sachen, die wir uns im Krieg einsetzen fallen, ob wir stilmieren, darüber sagen wir euch nicht. Das ist wahnsinnig inkonsistent, wenn wir einfach überlegen an der Stelle, dass mit der Wahl, die ich ausfülle, ich ja nicht nur Kita-Plätze beeinflusse, sondern diese ganzen anderen Sachen auch, dass meine Wahl, zum Beispiel die sich beim Staat verhält, auch in diese anderen Elemente mit reinspielen, ich aber nicht mehr die Möglichkeit habe, hier einzugreifen. Das heißt, wenn eine Regierung unter Vorspielung von falschen Tatsachen, zum Beispiel, gewählt wurde, dann glaube ich durchaus, dass es ja, verliert sie ihre Legitimation, weil sie eben den Bürgern nicht erzählt hat, was sie eigentlich vorhat mit diesen Stimmen und was sie da eigentlich vertritt. Und wir denken durchaus, dass es ein weiterer Kontrollrechanismus ist, der ein Interesse des Volkes gibt und der dafür sorgt, dass die Regierungen nicht machen können, was sie wollen und ihr Volk benötigen können, weil es auch nicht wirklich, wie man dagegen sein kann. Also wir glauben auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall ein Interesse ist. Und letzten Punkt, im öffentlichen Interesse, ich habe das schon angesprochen, wir haben das ja in vielen Fällen gesehen, zum Beispiel mit der Slow-Nair-Ficke, wie wahnsinnig viel Unterstützung der bekommen hat und wie das da eine Diskussion angekoppelt hat im Volk, die darüber gemacht hat, ob wir das überhaupt in unserem Staat haben wollen, wie wir darüber eingegangen sind. Es gab auch Leute, die dagegen waren, die gesagt haben, nee, das sollte man nicht wissen, der Staat sollte so agieren dürfen. Aber wir finden, dass es wichtig ist, wenn man da mal wenigstens drüber geredet hat und wenn man nicht a priori sagt, jeder, der diese Informationen rausgibt, ist ein Landesverräter, damit dieser Diskurs gar nicht erst möglich sein kann. Wir glauben, wenn wir in einer liberalen Demokratie unseren Bürgern Freiheit zutrauen, dann sollten wir auch zutrauen, diese Entscheidung zu treffen. Und das können Sie nur, wenn wir an alle Informationen gehen. Und das hört sich für Sie nach. Vielen Dank für die Rede und Behörden von der öffentlichen Opposition Philipp.